Leute, was geht heute, habe ich ein sehr geiles Gameplay für euch. Ich habe natürlich auch gewonnen. Ich zeige euch hier einmal die Klasse. Wir haben einmal hier die Static. Macht einfach Pause, macht euch ein Bild. Und dann haben wir hier die Dieter. Könnt ihr auch einfach Pause machen oder euch ein Bild machen, falls ihr die kopieren wollt. Dann Stim, Termit und hier das extra Bergsteiger, Alltempo, Gehärtet und Alarmiert. Könnt ihr auch kopieren oder macht einfach das, was ihr wollt. Aber Bergsteiger und so würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und jetzt viel Spaß. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Der Feind setzt eine Moskito ein. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Das war's. 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 Das war's.